Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ist weit verbreitet, und das verursacht immense volkswirtschaftliche Schäden. Dem Staat entgehen so Steuereinnahmen und den Sozialversicherungen Beiträge. Und hier geht es ja um viele Milliarden. Vor allem sind natürlich die Beschäftigten davon betroffen. Sie arbeiten hart und kriegen doch zu wenig Lohn. Und die Schattenwirtschaft verzerrt auch den Wettbewerb zulasten der anständigen und verantwortungsvollen Betrieben. Und das alles geht gar nicht. Und deshalb muss Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung konsequent bekämpft werden. Notwendig sind effektive Kontrollen. Ich war selbst einmal einen Tag mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterwegs. Und ich war beeindruckt von der guten und sehr engagierten Arbeit. Und doch müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Und deshalb begrüßen wir Grünen ja den Gesetzentwurf. Wir hatten dazu auch eine wirklich interessante Anhörung mit guten Sachverständigen aus der Praxis. Auch Sie unterstützen das Gesetz. Aber es gab auch dringende Appelle, den Gesetzentwurf an manchen Stellen nachzubessern. Die konkreten Vorschläge wurden aber ignoriert. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie die Regierungsfraktionen solche Anhörungen etwas ernster nehmen würden. Wir werden dem Gesetz zwar zustimmen, aber auch wir sehen an vielen Stellen noch Handlungsbedarf. Und deswegen haben wir ja drei Änderungsanträge in den Ausschüssen gestellt, die leider alle drei abgelehnt wurden. Ich möchte Sie kurz ansprechen. Erstens. In der Landwirtschaft arbeiten viele Saisonarbeitskräfte auch aus dem Ausland. Wir sehen die Situation also anders als Sie. In der Praxis sind die Mindestlohnkontrollen der FKS relativ schwierig. Und deshalb wollen wir die Landwirtschaft im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz als sensible Branche mit aufnehmen. Das würde die Kontrollen erleichtern und die FKS auch tatsächlich stärken. Zweitens. Durch Paragraf 21 können ja schwarze Schafe von der Ausschreibung öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Hier werden jetzt neben den Bauaufträgen auch die Liefer- und Dienstleistungsaufträge aufgenommen. Das ist gut so. Aber auch Konzensionen müssten hier benannt werden. Denn wir meinen, alle Aufträge müssen gleich behandelt werden. Und drittens. Ganz paradox wird es, wenn es um die Straftaten geht, die zu diesem Ausschluss bei öffentlichen Ausschreibungen führen. Im Gesetz steht hier nur Sozialkassenbetrug. Bei illegaler Beschäftigung geht es aber vor allem um Betrug, um Urkundenfälschung. Und die ganz schlimmen Formen sind natürlich Menschenhandel und Ausbeutung der Arbeitskraft. Und diese Paragrafen stehen eben nicht im Gesetz. Und deshalb haben wir ja beantragt, dass diese Straftaten explizit im Gesetz aufgenommen werden. Denn öffentliche Aufträge dürfen nur an verantwortungsvolle Betriebe gehen. Und deshalb brauchen wir unserer Meinung nach hier ganz eindeutige und rechtssichere Formulierungen. In der Anhörung wurde ein weiterer Aspekt immer wieder zu Recht kritisiert. Das wurde jetzt schon angesprochen. Effektive Kontrollen brauchen natürlich gute Rahmenbedingungen. Notwendig ist aber vor allem ausreichend Personal. Die FKS hat aber insgesamt zu wenig Personal. Zudem sind viele Planstellen nicht besetzt. Und die versprochenen 1.600 neue Stellen für die Mindestlohnkontrolle sind auch noch nicht angekommen. Die Aufgaben der FKS, die nehmen immer mehr zu. Und sie sind vor allem extrem anspruchsvoll. Und seit Jahren wird hier der Personalmangel nur verwaltet. Das Personal reicht gerade mal für Schwerpunktprüfungen. Und das ist zu wenig. Die Kontrollen müssen auch präventiv wirken. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit braucht endlich mehr Personal. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Applaus Ja, und die Anhörung hat auch gezeigt, dass sich Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung immer wieder auch verändern. Am Bau gibt es mittlerweile 200.000 Minijobs. Das ist absurd. Es wurde schon angesprochen. Hier wird ein legales Arbeitsverhältnis vorgetäuscht. Tatsächlich wird aber in Vollzeit gearbeitet. Und die Differenz wird schwarz und bar ausgezahlt. Und es gibt mittlerweile auch sehr erfolgreiche Internetportale, bei denen vermeintlich Selbstständige an Privathaushalte vermittelt werden. Die Honorare sind häufig so niedrig, dass niemand davon leben kann. Und der Gesetzgeber muss auf diese Entwicklungen auch reagieren und eben neue Kontrollmöglichkeiten entwickeln. Das Gesetz heute ist also nur ein erster Schritt. Weitere müssen unbedingt folgen. Machen Sie sich bitte auf den Weg. Vielen Dank.